Meine Damen und Herren, willkommen zu einer neuen Folge Rocket League mit den Dullis. Und Dulli jetzt statt, das f***ing-Games. Ja, hab ich gemacht, du. Jetzt geht's ab, Junge. Jetzt wird geäumelt, Alter. Jetzt wird geäumelt ins Tor. Diesmal gibt's keine Produktplätze. Außer vielleicht, aber die bezahlen uns nicht gut genug. Ja, du. Benning, Hazzle. Hazzle ist weg. Ich fang. Moment, was machst du denn da? Was haben die mit mir gemacht? Was ist jetzt mit? Ich hab den Mikrofon. Benning, der Mikrofon. Oli? Jo. Da hat mich der alte Grieche einfach umgefahren, Junge. Ja, ich hab sie weh. Ich hab den Telefon. Oh, nicht wieder. Der Wutbrunck, ich bin mein. Nein. Nee, das gibt's nicht. Ja, das war nicht knapp. Da, hol dich, da, hol dich. Dann, bevor du dich kriegst, dann. Oberklasse sieht psychisch aus. Random, Alter, ja. Hat das gleiche Profilbild wie ich mal gehabt. Ich glaub, das mach ich mir nicht so runter wie der Rhein, Alter. Ja, das willst du wissen, Alter. Nur weil Griechenland nicht mehr der WM dabei ist. Genau das ist. Ja, die Italiener sind auch nicht dabei. Nein. Die Vorländer, du, auch nicht. Ja, du. Also auch alle, die man nicht dabei haben will. Junge Eumel, Alter. Hau den doch hin. Du brauchst noch verwert. Der ist hoch. Ja, nein, ja. Ja, das wollen wir alle sehen. Der ist ein Deben, Alter. Mal liegt hier, wo ich wohne. Bitte nach vorne. Das gibt's nicht, Alter. Alle. Safe. Ich bin. Ich bin einen Geist. Ich bin nicht auf. Ich bin nicht zuerst. Wieso das denn? Bandito, Rino, keine Ahnung, läuft nicht Das ist zu gut, Alter, guck dir das an Kommt noch Wir wollen das wieder spannend halten Du hast den Scheiß da gemacht, 12G das anzug Ja, fair play wieder Och man, Alter, warum hat er nicht angeschubst? Geht das nicht gut aus Akaen, tag, 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 für die Firmia Mal am Bartkratzen, ey Zauberer 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 uns mal hier 5 Tore kurz Versuch schon mal nicht Warte Haben wir gleich Zauberer Junge Was machst du denn da? Junge, ich halt's spannend, Junge Guck mal, ich dribbelt ja da Sandro Wagner Dribbelkönig Da, bitteschön Wird nur gewonnen als Spiel hier Guck mal, angeschnibbelt, angetäuscht Der dachte ich mach ihn mit rechts Aber mit linken greifen und reingedreht Ich komm jetzt nach unten in gutem Boden Ja, genau so nicht Junge Junge Warte, du gehst mir auf den Semmel, Alter Du gehst mir auch, Alter Hackelin, tag, 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 meine Firmia Hackelin, tag, 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 meine Firmia Hackelin, tag, 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 meine Firmia Ich schlaue Fokin boost erne Junge Lidl, das lag mir auf gar keinen Fall hoch. Warum nenn ich das? Ich glaube, er wird 2-6 verlieren, Alter. Ich weiß, ob er authentisch ist, Alter. Guckt doch eh niemand. Geht das an, Alter? Ich muss eine, ne? Drei Paraden, Alter, und die haben trotzdem 6 Tore. Ja, wir haben alle. Wow. Aber die haben 0 Paraden. Ich hab mein Hintergrund gemacht, Alter. Manuel Neu, Alter. Manuel Scheuer, Alter. Manuel Scheuer-Milch, Alter. Hier für eine Parade. Nein, Manuel. Ihr fliegt. Nein, Manuel. 4 Paraden und die machen 6 Tore, Alter. Guck mal, das wären 10 Tore, Junge. Ja. 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 Genau so. Hm, nein. Abgespringen. Nein, ich auch. Mein Gott macht so nur, du. Ja. Nein. Nein. Meine Karin, dein Möhn. Doe du dein Lieblings Map? Die Gleicht. Genau. Benny? Der Mikro, die da. Nein, okay. Hallo. Du bist da immer, dein Möhn. Alles? Alles? Hör ich? Ja, ich hör das Wahrscheinlich kriegst du noch einen Punkt, Alter Ja, normal Und direkt liege da rauf, Alter Ja, easy, jetzt sind nichts mehr und ja Und bist du Bronze, Alter, äh Silber Äh, noch zweimal aufsteigen, glaub ich Was deckt hier, äh Trepke, Junge Strepke Mit kleinen Hengst, äh Der geht rein Ja, gut Er ist Er ist eine Sekunde gespielt Ja, und alle wollen ihn treffen Denn der Bahnhof gestern Aber zu hinterm wieder haben den Bahnhof gefahren gestern Danke Ich hab ihn Du meinst du hast mich Ja, wenn du vor deinem Ball stehst Ich erwarte, dass die Dullis beide vorbeifahren Oh, knapp Trepke, mach dir ne Faxen, Junge Trepke Was ist mit dem Tierluft, meinst du? Was? Ja Geile Toren Geile Ding Und geteppt, Alter Ich hab bis heute überlebt Ich hab bis heute überlebt Ja Allah, geh mir aus Hey, hey, hey Was ist denn der Daniel wieder? Keine Ahnung Ja, lass uns doch Hast du schlafen gegangen? Keine Ahnung Was ist das? Was ist das? Bist du schlafen gegangen? Ja, bin ich Okay Ja, ich leg mich gleich hin Ja, Leslie überlegt doch, was sie macht Weil du die eingeladen hast Weil du die eingeladen hast Ist Daniel sie schon wieder gemütet? Was? Hab ich nicht Achso, Noob Teammate Ja, kann ich auch Ich auch Genau Ja Erstmal durch die Geleashed Report it, please Gesundheit Und trotzdem noch Erster am Ball Mit beschlossenen Augen, Alter Wow, ist das schwer, Alter Was machst du denn da? Come on, come on Oh, ich hab mich angetäuscht Come on, come on Rock you, buddy Okay Soll ich ihn einfach mal zerstören? Ja, mach mal Das number Ich mach wieder das weiße Aber es wäre wichtig �лlaughs Stop如果 Put год Chstyle Det schief es nicht Det schief esGod Ich bin ein junger Wenn es incorporated wandsyn vertig aus obviously Okay Soll esoires das ist schon wieder so ein richtiges deutschlandtor alter das ist ein deutschlandtor ich schwöre bei gott wenn wir dieses Spiel verlieren hast du noch was sonst zu machen? haben sie eigentlich doch zu angeschubst, sonst hätte ich ihn reingemacht ja, das sieht aus jaja, jetzt semmel dir da rein du hab ich reingedemmelt, Alter der freut sich auch na, easy dann würde ich mal sagen, das wars wieder mit der Auffassung das sind nur scheißvoll irgendwie gerade was ach, quatsch gehen wir jetzt zurück ins Hauptmenü Benni, jetzt deine schönen Abschiedsworte du ich find einfach keine Worte für diesen Lug, Alter tschüss